Willkommen zu der Power Tower. Sit down and get up in the air with us. Und schauen, wer das Drama überlebt hat. Dass du keine Weimarhabung hast, dann wünschst du nicht. Tschüss. Noch 20 Meter, noch 25 Meter, noch 30 Meter, noch 50 Meter. Das ist noch nie so, dass ich so verstehe. So, was genießt das? Wir ziehen. Jetzt macht euch keine Sorgen da oben. Es wird schon klappen, alles wird gut. Da ist bisher noch nie jemand oben geblieben, außer drei Platine. Und außerdem ist der Power Tower selbstverständlich typgeprüft. Aber das ist mein Auto. Und jetzt kommt immer so ein kleines bisschen auf den Fahrer rein. Und ich meine, besonders mit Jimmy King bin ich jetzt eigentlich eher nicht. Mein Vater sagt ja immer, ich bin ein bisschen bekloppt. Und der muss es ja schließlich wissen. Wer, 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 jetzt ist es zu spät. Jetzt riss ich auf! 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 Und ich habe kein Abidien. Ich habe Hunger, Hunger! Ich habe Hunger, 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 Hunger! Ich bin ein gebilder cher, Hunger, Hunger und Hunger. Jetzt riss ich auf, Hunger und Hunger und Hunger. Ich hab schon hier,ない , die in die Fähigkeit! Jetzt riss ich auf, Hunger und Hunger. zu sortieren, Kinders, wir sind noch nicht fertig. Die Maschine hat sich gerade, hör mal, wir sind doch nicht der Hänger auf einen Tower, der nur einmal fährt. Wir fahren hier so lange, bis ihr alle nüchtern seid. Das kann dauern, nachdem, was ich gesagt habe. Wir haben eine Liebe. Dieses Grrrr, was man nie mehr vergisst, was man nie mehr vergisst. Das ist der Rhythmus, so du mit uns, Schätzchen, und was? Und tschüss. Wie immer noch die, immer noch die Mama. Am Anfang dachte ich, das wär ein ägyptisches Musikwied, weil ich den Texten verschwunden habe. Wie immer noch die, immer noch die Mama. Das ist so blieb, wie immer noch die Mama. Jetzt hab ich zwei gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist, ihr bin total besorgen. Und die zweite gute Nachricht ist, der Schiff ist nicht da. Und immer, wenn der Heite nicht da ist, ich meine, kann man so lange machen, wenn man lustig findet. Die junge Dame im Wartebereich macht sich noch schnell eine Power-Tower-Fressur. Der weiß, wie wir unterwegs kennen. Das sind ja auch Ruhe. Guck mal! Der Teufel muss fahren wie der Teufel. Alle wieder da, da Gott sei Dank, es ist vorbei, ihr seid zurück. Und jetzt macht ihr das, was ihr am besten könnt, mit Alkohol trinken. Tschüssi, hinten und vorne, ihr wart seinen Seiten, da geht es raus. Und ich danke euch, ihr wart ein geiles Einfluss. Und wir auf der Zeit, bitte. Alright, euer Mann. Baby, entzieht euch deine Schuhe in Ruhe an.